Alles klar. Auf der teaminternen Topscorer-Liste steht Marcel Müller am Ende der Saison. Ich hoffe weiterhin ganz oben. Am häufigsten benutzt Bill Stewart in der Kabine den Ausdruck. We have to win. Der beste Autofahrer im Team ist? Marcel Müller, glaube ich. Die meisten Ratschläge in Sachen Baby bekomme ich aus der Mannschaft von? Aus der Mannschaft? Wow, ich glaube da muss ich meine Freundin fragen, das weiß ich gar nicht. Es ist besonders einfach Witze auf Kosten von Sven-Güter-Felski zu machen, weil? Weil da immer eine gute Retourkutsche kommt, deswegen macht es wahnsinnig Spaß sich da gegenseitig so ein bisschen hoch zu pushen. Auswärts ist nach dem Spiel der als Letzter aus der Mannschaft abfahrtbereit? Mirko Lüdemann nach Christoph Ullmann. Mannheim in der Tabelle hinter uns zu sehen ist? Ja, ganz nett denke ich, macht immer, ist schön, schön. Lars Weibels erster Shutout in der DEL war? Jetzt vor kurzem, ne? Gegen Hamburg. Wenn ich Einfluss auf die Musikauswahl in der Kabine hätte? Dürfte Moritz Müller nie wieder sein iPod mitbringen. Platz 6 ist für uns? Das angestrebte Ziel am Ende der Saison. Vielen Dank.